ARD Text im Auftrag von Funk Oben sind noch welche Okay, hier müssen wir zusammenbleiben, hier gab's arschviele große Ja Weißt du, was es hier noch gab? Fockt das? Ich glaube ja Oh, Alter Ich mach den mal weg, ne? Wir haben seinen Lötzen Ja, ist jetzt weg Oh, ich hab eine FACK Joa, ne? Oh, ne andere Waffe Läuft bei dir Falle den einmal Das ist Badass Marauder Scheiße Ich hol mich schon, ich hol mich schon Okay, ich hätte mich doch nicht geholt Nico Wir haben da nen Copter Ja? Ja? Okay Okay Ja, wieder hilfst du mich mal schnell Danke Boah, der Badass Marauder muss weg Ich geh mal Sniper dran Ich tube Okay, er ist weg Ich sterbe Ich sterbe Jetzt killen wir nen Cop da mal fix Ja Da oben ist ein Juggernaut, nur so Ich seh den nicht, was ist ein Juggernaut? Alter, das ist schon fiech Der lila Typ da oben da gesleckte Ja Gut, alles klar, Mauer den Marco Und gönnen wir den mal richtig, wa? Alter, hier ist irgendwo der Ding Der Copter, ne? Der Goliath ist hier Er ist tot Ja, der Copter ist auch irgendwo hier, ja Warte, ich hab Elektroschaden Ah, da oben ist der Goliath Da ist der Copter Der Goliath ist jetzt ähm, großer geworden Der Copter ist gleich kaputt Und der Goliath ist auch kaputt Ich werde dir die Augen aus den Höhlen lutschen Alter, wie geil Ich werde dir die Augen aus den Höhlen lutschen Soll man deinem eigenen Damer holen? Hat er mir auch schon gesagt Alter Der nächste Copter Oh Alter, ich kenn gar nicht, wie der Sniper ist Was? Der Sniper ist der Copter nicht runter Ah, da Alter Oh, oh, nachladen Fuck Ich bin down Ja, ich auch Ich hole dich Warte mal kurz, ich hab ihn gleich Ich friss grad Damage Ich hab keine Schrotzenmonie mehr Ich glaube ich kann fliegen, Alter Ist weg Copter Ich hab ihn gekillt Ich hab keine Snipermonie mehr Ja, dann sniper ich Ich hab wieder Snipermonie Wuh, bam Und da ist wieder Munition ein bisschen Hier und ein bisschen da Komm schon Ja, Mann Copter weg Okay, Nico, kommst hier hoch Ja Ich brauch wieder Muni, ey Da ist noch ein Copter Die Copter spawnen die ganze Zeit nach Okay Was soll man machen? Zu mir kommen Boah, Alter, tut das weh Outlaw Executioner Kein Thema, den krieg ich Wir können raus Lass, abhauen wieder Und wir killen noch alles Weg hier Okay, lass abhauen Fuck, das war der falsche Weg Zug, bitte komm jetzt nicht Warum rennst du über die Zuggleise zurück? Weil...weil halt? Einfach runtergejumpt Ja, ich bin ja über die Zuggleise runtergegangen Guck mal, wo ich bin Neben dir Ja Deiner stöhnt Merke ich auch gerade Ey, da ist so ein Ding, das ich ganz mag Ganz arg mag Was ist das hier? Ein Zug Ah, Nico, das hier, schau mal Was ist das denn? Ein Barbecue Ja So sieht's aus, so sieht's auf jeden Fall aus Auf geht's Was haben wir gekauft? Wird super Und ich stelle keine Fragen Nichts geht über einen guten Verkauf Schwing deinen Hintern aus meiner Werkstatt, Mann Wer wohl mein Gott? Äh Verschwindest du jetzt aus meiner Werkstatt Oder muss ich dir erst eine rein Ich bin eine Teekanne, bin voller Blut und so Nico, gib dir mal die Fußmatte Popo Ah, hups Bau ne kleine Bombe in ein geiles Dämmchen Jagd damit was hoch und alle sterben Matsch, 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 Matsch Hm Uuuuh, ihr seht verflucht gut aus, Ladies An die Arbeit Warte Jawohl Die Körner, bist du sie? Nimm sie, nimm sie, nimm sie, nimm sie Haare Nimm sie, nimm sie Haare Ja, ja Wollte, Tina kann nicht rappen, wollte ich grad sagen, nicht singen, kein Stück Du doch auch nicht Ja, aber das was sie singt ist wenigstens bescheuert Wenigstens? Warte, fuck Egal, egal, egal Ich hab nichts gesagt Gibst du auch mal? Ja, Mann, richtig Profi-Like Gerade mal während der Aufnahme die Hose anziehen Ah Sache läuft Ah Okay Ja, Mann Freunde Eine Maus hat nen scheiß Rechtstrahl Ja Müsstest du dich mal fragen warum Weil's wer auch nen Rechtstrahl hat Du? Nico Boah, Alter, hier sind so fuckack viele Ich seh's gar nicht hier Ach, das ist kein Thema Du weißt doch Du weißt doch, ich steh immer wieder auf Egal was passiert Ach so geb ich dem Super-Matter-Matter-Matter-Matter-Matter-Matter-Matter-Matter Fast alle wegmoksen Alter, irgendwo greift mich nicht an Naja, nie komm Ich schieß sogar noch besser, wenn ich besoffen bin Aber weg mit dem Keine Schnitte der Sack Läuft die Sache? Ja Ja Du magetti Jolonese, auf geht's Boah, Alter Oh, ja Jetzt gerade überlege ich, ob ich die Aufnahme noch abbreche und lieber ein Single-Let's-Play mache Ja, fuck you Keine Ahnung, du blöder... Äh, Sau Fick, Fick Uums Stupse sie einfach in den Bauch, wenn ich den Sprengstoff hochjagen soll Ich muss ihn fernzünden Spast Oh, hoppla Ich höre den Zug, er kommt Ja, was auch gleich kommt Zehn Neun Immer langweilig Hahahaha Wackel alle meine Babys aaaab Joaah Tja, das ist auch eine Möglichkeit, einen Zug zu hijacken Der Kammerschlüssel ist noch auf dem Eis-Shellf Klettere auf das Wrack, um ranzukommen Nimm das Rohr auf den Zug, denn sonst gibt's was vor dem Bug Das ist ein Rapsong von mir Boah, Alter Geile Aussicht, will ich euch noch ein bisschen genießen Auf geht's Auf geht's Warte, hier kommt noch Wilhelm gleich wieder Wilhelm? Ja? Neue Granate Ich habe einen Raketenwerfer 13.000 mal 3 Ja? Nice Ich habe einen 10.000 mal 3 Sehr, sehr nice Ladegeschwindigkeit, Magazingröße Uh, da nehme ich natürlich auf jeden Fall Nice Sehr, sehr nice Was? Was los? Granate testen Hm, okay Wenn die so dumm rumhüpft und keinen Verfolger drin hat, dann ist die echt scheiße Auf geht's Ja, er muss noch ein paar Sachen verkaufen Es ist ein guter Tag, voller Möglichkeiten Mal schauen Schildklasse Sirene, Schildkapazität plus 2.000 Ja Verkauf Äh, Nico? Ja? Wir haben hier ein kleines Problemchen Oh geil, wieder Roboter, meine Korrosionshafte geht wieder abgeschnitzelt Bringt Blitz da was? Nico? Roboter, Korrosionshafte geht abgeschnitzelt Ja, merke ich Ich greife mir Blitz an oder Elektro oder was das sein soll Ja, es macht er blau Es blauen macht Blitze außen rum, ne? Ja Wird wohl Elektro sein Eis wird's sicher nicht sein Boah, das ist verkackt geil Die haben da ne Fehlzündung oder sowas und können nicht mehr gescheit laufen Boah, ne drohen schon wieder Ich hab das Ziel, meine 700 Schuss für die SMB reichen nicht Tauch dir nochmal nach Boah Fuck Hast du den abgeballert? Ja Du bist zwar ein Nixer Ohohohohoho, halleluja Den hab ich abgeballert Boah, trinkenden Gegner Da oben? Meiner Gib dir mein Leben Nee Freut nicht Wir laufen mal weiter, ne? Ja Ja Und, und, und Da kommt Wilhelm Aua Alter, alter Guck dir mein Leben an Bitte Nimm doch einfach die Tube Ne, da hab ich nichts für Munition für Aber danke Krillhelm An der Eier Kiste Niko Mach dich bereit, jetzt geht die Party los Ja erstmal nach Du darfst nochmal alle Waffen nach Jetzt kämpfen wir mit minimaler, äh Minimalen Möglichkeiten, ne? War kurz mal ein Telefon klingelt Ist doch ein Scherz Du bist doch so ein verkackter Wongo So, erstmal gemutet Moment, so Meine Tonaufnahmen wird der Hammer, man hört nämlich irgendwie alles Ja? Ja Ja Ja, ich hab hier Hedi-Audioaufnahme schon Ja, ja, kommt mir aus Mit sogar deiner Stimme Gut, wir können los Ja, ja Warte, 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 warte Würde Jack den Kammerschlüssel wirklich schützen wollen, wäre er nicht in einem Zug Er würde ihn von Wilhelm bewachen lassen Nee, ich brauch mal ne gescheite MG Warte mal, ich muss noch kurz was machen Bettest Token einlösen Alter, ich wär jetzt fast reingerannt, ne? Und ich hab noch nen Skillpunkt Digga, du skillst immer so übertrieben schnell Wie meinst du? Ja